Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Valhalla. Heute sind wir natürlich wieder nicht alleine, sondern mit Red. Hi. Ja, genau. Wir sind heute wieder hier zwei, ja, komplett Chaos. Ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich machen. Doch, ich wollte einen Zaubertisch machen. Wir möchten sowieso erstmal Zuckerrohr farmen. Habe ich? Ich habe kein Zuckerrohr. Und Kuhleder für Bücher, damit wir direkt unsere Sachen verzaubern können. Ja, ich habe auch, ich habe ein Leder, aber noch kein Zuckerrohr. Wollen wir das Ganze hier erstmal braten, oder? Wollen wir direkt weiter? Ja, klar, klar. Ich würde hier noch braten. Braten. Oh, ich habe auch nicht kaputt. Okay. Ja, ich versuche, ich suche hier mal ein bisschen Zuckerrohr. Vielleicht finden wir hier irgendwo. Ich habe einfach einen Stack Gold. Alles klar, Digga. Ich habe... Ja, jetzt habe ich sowieso nichts mehr dabei. Oh, stimmt. Hast du noch Kohle? Ja, ich tue einfach wieder Alkohle drauf rein. Ja, moin. Stimmt. Ja, Leute. Wir sind hier ein bisschen am Pop produzieren. Deswegen fragt euch vielleicht nicht, wenn... ...dann ab und zu bei einer Folge die anderen vielleicht noch nicht so auf dem... ...also, wenn wir schon auf einem krasseren Stand sind, als online ist. Macht gar keinen Sinn, wenn die die Folge jetzt schon sehen. Ach, egal. Komm, scheiß drauf. Ich weiß nicht, was ich labere, Leute. Das dachte ich mir auch gerade. Macht gar keinen Sinn, ey. Habt ihr überhaupt Plan, von was der labert? Ja, nee, eigentlich nicht. Ach, Mann, Leute. Ich habe zwölf Diamanten. Ich habe vier. Ja, hatten wir nicht mehr. Wurden wir jetzt beklaut? Aus unserem Inventar. Ja, genau. Hier. Ja, meine Aufnahme läuft. Boah, das stimmt, Alter. Dachte ich mir schon so manchmal, wenn ich so mit... ...auch mit Manu und so aufgenommen habe. Dann gab es so eine geile Folge und dann so... ...oh mein Gott, nimmt die OBS überhaupt auf? Ne, wir hatten das schon, Manu und ich. Oh Gott. ...also, da haben wir aufnehmen wollen und dann so... ...so nach einer Dreiviertelstunde... ...äh, Manu so... ...ähm... Digga, meine Aufnahme. Ich habe die Aufnahme. Oh, das ist... ...das ist immer... ...das ist so ein innerlicher Schmerz. Das ist unvorstellbar. Warte, warte, ich muss kurz die Maus wechseln. So, jetzt. Alles klar, einfach kurz Maus-Switch. Ja, ich habe zwei Mäuse angeschlossen am PC. Was? Ja, ich... ...ich habe einmal die Rocket Cone Amo... ...und die Logitech G502 Hero. Okay. Die G502 nutze ich für den normalen am PC, ...und so für Fortnite und die Rocket nutze ich für Minecraft, weil die halt... ...dann kannst du halt... ...ähm... ...easy Butterflyen und du kannst easy abusen und deswegen... ...und die hatten ja Tasten. Okay. Ah, alles klar, Digga. Meine Maus hat einfach irgendwie die Maustasten. Ich habe wirklich so eine... ...überhaupt keine Gamermaus. Aber egal. Boah, finde ich muss es aber sein. Also bei mir auf jeden Fall. Ja, ich kann mir das praktisch... ...ja, es ist schon praktisch, ja. Aber ich habe schon gespiegelt wegen dem Shader. Ich bin nämlich das Gefühl, dass alles hier zu leise ist. Aber eigentlich kann das nicht sein, weil ich nichts umgestellt habe, nachdem ich es jetzt mal aufgenommen habe. Okay. Okay, ich bin kurz in meinem alten Haus gerannt, weil da weiß ich, dass ich Zuckerwohr habe. Und hier habe ich gerade noch ein bisschen Kühel gefunden. Ich töte die mal. Ja, ja, klar. Wir brauchen Essen. Und Leder. Stimmt, warte. Man kann doch auch Pferde töten, oder? Die geben doch auch, ähm, Leder. Ja. Ich muss nicht mal lauter machen. Okay, ja, mach das mal. Ich weiß nicht, ob das... Oh Gott, Alter, ich falle einfach in der Höhle. Ich weiß nicht, ob das... Ob die... ...Minecraft-Sounds zu laut sind. Ja, komm her. Oh Gott, ist zu laut jetzt. Warte. Wow! So, gehen. Stimmt, wir könnten uns dann auch Pferde einfach holen, dann können wir... Ja, oh ja, das gibt wirklich Leder. Ja, ja, klar. Stimmt, es gibt es Kuhleder und mehrere Lederarten. Was braucht es denn? Schweinleder, also... Was braucht... Welches Leder brauche ich denn für, ähm... Für ein Buch? Ich glaube, kann man mit allem machen. Die Sache ist halt, stimmt. Ich habe mit Nia weit gestern telefoniert und die meinten so, yo, äh, wir sind jetzt auf Pferden unterwegs. Oh, shit. Äh, die haben halt Pferde, weil die haben so viele Sette. Ja, ja. Ich habe jetzt, äh, wie heißt das? Warte, äh, wie ist das Ding? Äh, nicht Ilts, sondern... Waschbärleder habe ich jetzt. Okay. Ey, ich habe Tomaten hier. Noll. Geil, ich habe einfach drei Tomaten. Tomaten? Tomaten? Ja, es gibt halt mit diesem... Gibt es auch diese... Oh mein Gott, warte mal, ich muss kurz gucken. Tomaten oder Tomatenseeds? Ja, beides. Also, Tomaten habe ich jetzt gerade geerntet. Das bringt diese Colors Seeds. Das bringen ja gar nichts. Das müssen wir mal anbauen, aber... Ja, habe ich angebaut. Jetzt habe ich sie gerade abgebaut und es bringt einfach nichts. Das macht gar nichts. Hallo, Pferde. Ich würde gerne euer Leder haben. Eure Haut. Das Gute ist, die rennen nicht weg wie die Kühe. Also, sie... Keine Ahnung. Die Sache ist, ne? Ich habe gerade... Discord lauter gestellt. Mein Minecraft wird auch noch so laut gefühlt. Oh, alles klar. Oh, die Sonne geht gerade unter. Oh mein Gott, das rente weg. Was ist das? Manche droppen aber auch nix. Ach, Alter, der Fisch bleibt nicht stehen. Okay, ich habe jetzt 10 Leder und 4 Kuhleder. Oh Gott, Herr Trinker. Alter, wie viele Pferde hat es denn hier? Das ist ja unnormal. Und Schreine, aber Schreine bringen uns nichts. Leute, die Fackel funktioniert einfach runter. Was man sieht unter Wasser wie so viel? Alles klar, Digga. Das ist wieder Minecraft-Logik, Alter. Magic. Ja, genau. Magic. Ja, es tut mir leid, Herr Pferd, aber... Also, ich habe auch die Colors. Das Ding ist, ich bin ja auch schon das ein oder andere Mal geritten in real life. Das tut halt schon ein bisschen weh. Aber egal, komm, scheiß drauf. Essen, Hauptsache Essen. Hey, ja, moin. Was ist das denn? Ach, Erde. Ich habe Echo gelesen, deswegen. Ich weiß halt, wieso ist das Echo? Echo? What the fuck? Ich habe 16 Lachse. Oh mein Gott, ich höre den Bär gerade. Der hörte sich nicht freundlich an, Alter. Ein Royal Farmer. Hast du... Scheiß, ich habe keine Knochen, nein. Oh, Mann. Oh, das ist so typisch wieder, Alter. Hallo? Ja, hallo. Hast du... Äpfel? Oh, oh. Äh, warte, ich muss kurz flüchten. Ich kann dir gleich Bescheid sagen. Aua. Alter, wie ist das? Weil ich habe nämlich zwei Goldblöcker. Alles klar, Digga. Was ist denn bei dir los? Bist du immer noch bei unseren Öfen? Ja, ja, ich bin bei den Öfen geblieben. Ja, okay, tschuldig, dann komm ich wieder. Wenn wir doch Zuckerrohr anbauen und... Nein, ich habe da überall... Ich habe da überall, ja. Ich habe mir einfach Zuckerrohr gewesen. Ich bin extra zu meinem Haus gerannt. Das ist doch nicht. Scherz, ey. Och, Mann. Bring uns Tintenfischen nicht hin. Tintenfischen bringen uns nichts. Ich bin doch EP. Ja, du denkst immer nur an EP. Junge, ich bin Level 24, also... Alles klar, Digga, ich bin Level 20. Pass auf, mit wem du dich hier anlegst. Bist du gut in PvP? Ja, aber halt nicht in dem hier. Also, ich bin nicht mehr in dem 1.8 PvP. Also, in dem 1.8 PvP. Ja, ja. Das finde ich auch viel besser, Alter. Das neue Kampfsystem ist so behindert. Ich check das nicht. Oh, verdracken platziert. Oh, mein Gott. Oh, nein, ich habe einen Waschbogen gebracht. Nee, das wollte ich noch nicht. Oh, ich habe da auch gerade drei weggeschauen. Alles klar, Digga. Darf ich jetzt noch irgendwas zu braten? Weil ich habe jetzt die Öfen, da sind wir bei einem Kodlbox drin und der versmort jetzt gerade. Okay, warte mal. Ist das hier eine Höhle, wo wir drin waren? Ja, ja, ich glaube, die sind wir in der Höhle nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch wieder hier. Alter, ich weiß, Höhlengeräusche gehört. Ich habe mich über erschreckt. Ich mache hier mal das Ruhefleisch noch. Hast du irgendwo... Hier waren wir doch safe nicht hier. Yo, diese Höhle führt in der Schlucht. Alles klar, Digga. Nee, hier waren wir ja nicht. Hier ist übel viel Koffer. Also übel viel Koffer. Ja, okay. Ja, hier ist auch noch übel viel Kohle und Zombie und alles. Aber irgendwie gab doch hier Eisen. Warte mal. Also mit Rackenleather funktioniert es nicht. Also mit Waschbärleder. Mit normalem Leder funktioniert es. Und mit Kuhleder? Nee. Okay, wir müssen normales Leder. Ah, ich bin doch nicht so freundlich in dem PvP. Ich wurde gerade von der Studie angegriffen und habe ihn einfach dreimal weggekrittet, ohne Schaden zu bekommen. Ja, moin. Stimmt, der hat sich der Wiesen verlost. Warum haben wir keinen Obsidian für den Nether-Portal mitgenommen? Doch, doch, ich habe ihn mitgenommen. Auch für den Nether-Portal? Ja, ja. Ich habe 14 Stück. Wollen wir das direkt hier einfach aufstellen? Nein, da können die anderen ja mit reinkommen. Ja, ich weiß. So ein öffentliches Portal. Nee, ach, Junge. Nee, Alter. Immer diese behinderten Antome. Und sich einer von uns ein Bett baut, das wir uns leisten können. Und der andere tut einfach flitten. Ja, ja. Stimmt. Aber, warte mal, haben wir genug Faden? Ja, ja, ich habe 31. Ich habe nur zwei. Wir können uns noch zwei Betten machen. Wir machen mal zwei Betten, ja. Ja, komm, mach. Noch ist niemand auf dem Server, dann können wir das jetzt sehen. Ich habe so viel Speisen im Moment. Das ist unglaublich. Ich habe immer einen Snack-Fed. Das ist klar, Digga. Machen wir noch kurz Eisenblöcke. Ja, okay, ich kann sieben machen, nehmen wir mal hin. Ich greife nur dich an, mich lasse ich eine Ruhe, ne? Ja. Ja, du ein nerviger Spaß. Hm. Alter, verpiss dich. Gibt das jetzt, wenn wir weiter schlafen? Eigentlich ja. Ah, ja? Ne. Ah, ja, ja, ja. Los geht's. Ach, Mann. Du Pisser. Schnell, leg dich hin. Loll, er ist daneben geflogen. Nein. Ja, es hat geklappt. Loll. Ich wusste nicht, dass das geht. Äh. Das ist ja quasi wie eine Normal-Minecraft-Nachrichten. Ja, ja, aber ich dachte, auf dem Server funktioniert das halt nicht. Warum tust du es nicht in den Ofen? Ja, ich weiß. Dachte ich mir auch gerade. Wir sind sonst noch Sticks. Ähm. Ja, die Sache ist halt, es brennt jetzt hier alles noch runter, diese Kohle. Also alles, was wir jetzt noch reintun, wird noch fertig gebraten. Ja, nice. Hast du Äpfel? Äpfel? Ne, tatsächlich nicht. Hast du Gold? Alter, schubst du mir eigentlich. Gold? Ne, hab ich auch nicht mehr. Ich hab nur noch Eisen und Kupfer und... Nein, ich mein jetzt Fertiges. Fertiges. Fertiges? Na, gebratenes. Ach so. Äh. Braten ist was? Fleisch? Nein. Ich hab nicht zugehört. Ach so, Gott. Ne, hab ich auch nicht mehr. Ich hab wirklich nur noch Eisen, Silber und Kupfer. Vermeite ich. Kupfer. Ach so, ja, hier. Kannst du haben. Brauch ich nicht. Was können wir eigentlich mit Kupfer machen? Wieso liegt hier unten Fleisch? Ist das verrottet vielleicht? Ah ja. Ich dachte, ihr habt das nicht eingebildet. Aber eigentlich, ne. Hä? Keine Ahnung. Okay. Wir sind komplett lost. Ich hab mir grad klopfen. Also ich hab... 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 Hallo, Rein. Ich hab... Ich hab... Oh, ich hab schon wieder... Das FBI steht vor der Tür. Warte mal, ich schreibe mal kurz in unseren... In unserem Minecraft Chat. Ich will kurz fragen. Ja, wir müssen in der anderen Talk gehen. Ja, warte mal. Stimmt. Warte ich schon wohl... Äh... So. Ja. Moin. Ja, wirklich. Ja, moin. So, brauchst du irgendwas zu essen? Warte mal. Äh, eigentlich gerade... Ja, ich könnte schon ein bisschen gebrauchen. Aber ich hab eigentlich noch ein bisschen. Na, aber sag mal, was hast du denn? Ich hab nur noch drei... Ist das Rindfleisch? Ich... Ich glaube, oder? Ja. Dann würde ich dir mal das hier geben... Und... Die Hälfte von dem Lachs. So, ich... Ah, okay, ihre. Was willst du mit dem Schweinefleisch? Was denkst du? Ob die uns jetzt helfen? Die werden uns safe nicht helfen. Eben. Egal. Vielleicht sind sie ja so sozial. Oh, scheiße. Warte mal hier. Ich hab den Wecken noch nicht. Hast du jetzt die Werkbank abgebaut? Ach so. Oh. Sorry. Ich dachte, wir ziehen weiter. Oh, ich hab mir aus den vier neue gecraftet. Oh, mal vier? Ich hab aus den STLG gedrückt. Ah, okay. Ja, kann mal passieren, ne? Das passiert, ja. Ich mach mir noch mehr Eisenblöcke aus dem Eisen, was ich hab. Was ist das hier? Gold? Silver? Ich hab auch Silver. Okay. Ich hab alles aus Blöcken. Also, ich hab Lapis. Ja, ich auch. Ich hab Redstone-Blöcke. Och, Mann. Was brauch ich denn hier nicht, ey? Ich hab so viel Zeug, was aber eigentlich alles wichtig werden kann. Oh, ich hab das jetzt einfach mal weg. Ein Lapis, eine Kohle, ein Dia. Nein, nein. Komm, scheiß auf dir. Ich nehm das jetzt einfach wieder mit. Schuss drauf. Ähm. Drei Redstone weg damit. Ach komm, ein Silver weg damit. Und. Ja, drei Eisenbahnen kann ich aufheben. Ich brauch nie ein neues Eisenbahnen. Nimmst du die Crafting? Nimmst du ein Crafting dann mit? Ich hab, ich hab noch drei, weil ich, ich hab noch zwei, drei im Inventar. Also, nein. Ah, okay, nee. Ja, dann brauchen wir auch keine mehr. Ähm. Ich würde sagen, dass wir die Welt ein bisschen erkunden, oder? Ja, klar. Ein Stück. Aber ich muss sagen, können wir vielleicht irgendwo, vielleicht finden wir irgendwo eine geile Schlucht. Alter, hier ist ja eine Riesen-Schlucht. Eine Schlucht oder so und dann. Ja. Oh, aber da war schon jemand. Ja, ich brauch grad sagen, es ist nicht Safety, wo wir schon waren. Ja, ja. Ja, nee, es ist nicht die, aber es hat hier nebendran halt direkt einen Rand. Alter, das sieht hier so krass aus mit diesem Berg. Was ist denn hier los, Alter? Bei mir rendert das noch nicht. Warte mal, ich muss kurz meine Chunks, also meine Sichtweite hochstellen. Äh, wo war das Grafikeinstellungen? Sichtweite, 16 Chunks. Äh, Chunks, alles klar. Machen wir mal 22. Ihre. Ähm. Ja, weil ich hab, glaub ich, jetzt ein bisschen zu viel angestellt. Weil wenn, mit aufnehmen ist das immer ein bisschen kritisch halt. 27, bumm. Okay, äh, ja, ich würde sagen, wir rennen einfach mal in eine Richtung, oder? Gibt's hier schon Pilze? Ja, gibt's. Okay. Ich nehm mal zwei mit. Ich würd sagen, wir rennen in die Richtung hier, wo wir jetzt grad hinlaufen haben. Ja, ja, einfach irgendwo. Äh, ich hoffe halt schon sehr, dass wir einen Dschungel finden. Das wäre nice. Tja, was hast du gerade umgebracht? Nichts. Ja, ein Dorf. Ja, ja, aber das ist das, was gelootet wurde, leider. Äh, sicher, weil... Ja, das ist doch safe gelootet, oder? Weiß noch nicht, ich guck doch einfach nach, ob die Türen offen sind. Ja, die sind offen. Ja, die sind offen. Oh, schade. Das wäre schon geil, wenn wir da noch so Karotten hätten oder so, weil die könnte man halt unterhörig haben. Damals, wenn ich noch kein PC hatte. Was ist du denn? Ah, das ist ein Nichts-Nutz. Oh, mein Gott. Du bist ein Nichts-Nutz. Fuck the fuck. Da ist ein Golem. Was? Okay, hier ist auf jeden Fall ein Sumpf. Das heißt schon, dass Ausschau auf Zuckerrohr halt. Oh, äh, diese anderen Dinger mitgenommen, ne? Diese anderen... Andern was? Ballen. Achso, ja, klar. Ja, die haben sie wahrscheinlich auch noch übersehen, die dort unten. Ja, da haben sie selbst nicht hingeguckt. Oh, das ist wieder so Inventarprobleme hier. Ja, ja, ist wirklich schlimm. Da ist noch Zuckerrohr. Ja, das Zuckerrohr sieht bei mir nicht so komisch. Was? Lemon Seeds. Ich behebe, ich hebe mir die Seeds mal. Ach, komm weg mit den Pilzen. Aber Magic Mushrooms sind doch geil. Ja, Magic Mushrooms. Hier ist eine Höhle. Sind das keine Magic Mushrooms? Das sind Seerosenblätter in Weiß. Was? Bist du hin? Keine Ahnung. Ich sagte, dass du mir durfte es nicht verlieren. Zwei Sekunden später. Wo bist du hin? Ja, wirklich. Wo bist du denn? Also... Ey, wir sind so ein gutes Team, Alter. Wir haben keine Ahnung, wo der andere ist. Ja. Okay, also... Ähm... Alter. Hast du gerade was abgebaut? Ach, nee, das war ein Scharf. Äh, nee, was ist das doch du? Ach, komm. Ähm, weg mit den Seeds. Hast du gerade ein Bär getötet? Ah, nee, das ist ein Schwein. Lol. Ich töte aber gerade Schweine. Ja, du bist bei mir. Ja, ja, ich kann in den Chat, you know. Damit. Ey, wo bist du? Ich bin doch in dem Sumpf. Also, am Anfang... Ja, ja, ich auch. Ah, dort unten, weil ich hab ins... Oh, shit. Ein Schwein sterben sehen. Andes Seeds, ja? Ja, ja, das wird schon passen jetzt. Ist doch hier. Ja, hallo. Okay, gut, wir haben uns wieder gefunden. Oh, ne Kuh. Die gibt Leder. Oh, geil. Aber nee, das ist cool, Leder. Das kann man gar nicht brauchen. Oh, lol, Alter. Ähm, ja. Gehen wir einfach weiter, oder? Oder wo bist du jetzt? Hallo? Wo ist er schon mit? Ach, hier. Jetzt muss ich auch noch meine Blöcke hervornehmen. Also, du willst Bäume abbauen. Hä, was machst du? Hallo? Oh, guck, was ist bei dir los? Ne, hä, was ist das? Das ist nicht bei dir. Du hast dich stumm geschalten. Hä? Was war das für ein Geräusch, Leute? Okay, er ist erst mal. Ähm. Okay. Chillig. Also, ich laber jetzt, Leute. Also, hattet ihr einen guten Tag, Leute? Heute? Irgendwie. Keine Ahnung, wann ist diese Folge gekommen, was für den Tag ist. Hattet ihr eine gute Schule, gute Arbeit, so. Also, bei mir war heute echt stressig, Alter. Ich hab einfach so lange gearbeitet, hab deswegen meinen Zug verpasst. Oh, das ist eine Hexe, Leute. Ich hab auch meinen Zug verpasst, weil ich so lange gearbeitet habe. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Und dann sehe ich so auf die Uhr, scheiße, vor zwei Minuten ist mein Zug abgefahren. Und dann, ja, hab ich ein bisschen länger gearbeitet. Aber egal. Ich sitze trotzdem jetzt hier zu Hause wie so ein Affe auf dem Schleifstein. Und nehm Videos auf mit Red und wir spielen Minecraft Valhalla. Ach, Mann. Scheiße, wird auch bald wieder nach. Ach, Leute, was ist denn hier los? Könnt ihr mir sagen? Kennt jemand diesen... Kennt jemand den Seed auswendig? Ich weiß gar nicht. Kann ich den nachgucken? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir sagen, wo ein Dschungel ist? Wäre echt praktisch. Dann könnte ich... Dann könnten wir dort so eine Ameisenkolonie übernehmen. Und dann sind wir am... Die krassigen Bavos auf diesem Server. Gut, eigentlich war ja, glaube ich, immer eher unser Ziel, irgendwie ein paar Drachten zu töten. Sind das Esel? Ja. Aber ich glaube, die geben kein Leder, oder? Ich komme mir so dumm vor, mit jemandem im Call zu sein, aber trotzdem einfach für mich zu labern. Ach, Mann. Ich weiß auch nicht, wie schlaut es ist, dass ich jetzt hier einfach wegrennen und dann das irgendwie... Irgendwie... Joach, erforsche hier. Ich meine, obviously, so weit sind die Leute eigentlich noch gar nicht gegangen. Also, wo daher... Es könnte uns noch Großes erwarten. Hier ist auf jeden Fall ein Birkenwald. Mann, jetzt... Das Problem ist, jetzt wird es dann Nacht. Oh Gott. Und... Ich nehme jetzt nicht an, dass Red hier gerade anwesend ist. Das heißt... Oh, ich bin wieder da. Ah, doch, okay. Er ist da. Okay, dann können wir ja dann kurz schlafen. Äh, ja, dann Bett hast du ja. Ich habe schon wieder keinen Plan mehr, wo du bist. Ja, ja, ich bin da einfach geradeaus weitergerannt. Lol, genau. Ähm. Hier, ich schlafe einfach und tippe nebenbei. Also, hier warst du auf jeden Fall. Hier liegen nämlich Tintenbeutel. Ja, das kann sein. Ja, wo ist die gerade aus gewesen? Da müsstest du ja hochgerannt sein auf dem Berg. Weil ich bin... Ich bin Richtung... Ich bin Richtung... Süden gelaufen. Du brauchst keine Koordinaten sagen. Ja, eben Richtung Süden. Ja, du kannst es gucken bei den Koordinaten. Ich habe sie gerade gezeigt. Ich bin auch ein Idiot. Du kannst Richtung Süden laufen. Wenn du die Koordinaten öffnest, dann kannst du Richtung Süden... Also, ich... Ich... Läufst du gerade entgegengesetzt der Sonne oder... Äh, von der Sonne weg? Äh... Neben der Sonne. Läufst du neben der Sonne? Dann lauf ich in die richtige Richtung. Okay, also die Sonne ist sozusagen links von mir. Ja, okay. Da renne ich auch gerade hin. Aber kannst du kurz warten? Ja, ja. Ich gehe hier mal auf die Bäume, auf so einen Birkenwald. Dann sehe ich dich vielleicht. Oh, mein Eisenschwert ist kaputt gegangen. Stimmt, Alter, mein Saison ist auch fast kaputt. Ich glaube, wir müssen sowieso jetzt dann wieder unter Tage und einfach Dias finden. Dann können wir eine Dias machen. Oder wollen wir zuerst... Eigentlich müssten wir erst zuerst verzaubern, bis wir eine Glücksspitzhacke haben. Alter, meine Sichtweite ist so niedrig. Das Ding ist, warte mal. Das Ding ist, ich bräuchte noch zwei Leder. Und dann könnte ich mir schon drei Bücherregale machen. Ich sehe einen Birkenwald. Es wäre so geil, wenn wir ein Dorf finden würden. Nochmal. Ich sehe jetzt meine Birkenwald. Okay, ich sehe dich zwar nicht, aber das ist schon mal nicht schlecht. Oh, mein Gott, Alter, ich habe gerade nicht gesprungen. Ich glaube, du bist da noch ein bisschen weiter unten. Wieso hat das Huhn gerade einen Schlag mit einem Eisenschwert überlebt? Was? Das geht? Das ist ein Monsterhuhn, Alter. Weiß ich nicht. Stimmt, wir könnten uns dann auch so kleine Drachen züchten, die eigentlich aussehen wie Hühner, aber irgendwie größer. Irgendwie bringen sie denen nichts. Okay, wo bist du? Ich sehe dich, rechts an dir. Rechts? Ja. Da? Hinter dir. Scheiße. Da. Ah ja, okay. Okay, ja, also gehen wir einfach weiter in diese Richtung, oder? Ja, Richtung Süden. Die schöne Sonne entlang. Ist im Süden. Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ja, Süden ist ja eher warm jetzt, von uns aus gesehen. Ah ja. Italien und so. Ah, Junge. Das war ein bisschen verkackt. Ich will ja nicht. Oh, lol. Hier. Da hinten ist schon wieder ein Lava, mein Dings. Finde ich vor allem noch die ganzen Tiere mit Erledigung. Oh, du rennst aber. Ja, ich renne halt einfach. Hier links, Tank. Und was? Du jetzt eigentlich schon wieder hin. Das kann ja doch nicht wahr sein. Wo, wo? Links? Digga. Ah. Ah, Dorf. Lol. Links. Hey, das ist so geil. Wenn das jetzt nicht gelootet ist. Ich bringe jemanden die Tiere noch mit um, weil wir brauchen halt Essen. Okay, dann hole ich die Bücher. Ich habe ja sowieso schon Bücher im Regal. Du hast schon Bücher im Regal. Immer. Was? Ich muss jetzt die Bücher im Regal. Ja, ich habe. Oh, lol. Hier ist ein Braustand. Alter, den nehme ich safe mit. Oh, wie OP. Stimmt. Stimmt. Hier sind Felder. Das sind Karotten. Oh mein Gott. Alles mitnehmen. Okay. Ach, scheiße. Ich kann nichts mehr mitnehmen. Fuck. Ach, schuldig auch nicht. Ach, komm, scheiße aufs Stöcker. Ey, ihr habt mir alles eingesammelt. Willst du mich verarschen? Weiße Wolle. Weizenkörner. Okay. Also wie gesagt, da ist nochmal ein Braustand. Hä, wie geil. Gibt es hier Braustände? Einfach so am rumliegen. Also ich meine, ich habe ja nichts dagegen gemacht. Die sind eigentlich immer in der Kirche. Jaja, ich habe aber auch einen in meinem normalen Haus gefunden. Junge, diese Nichtsnutze, die sehen einfach aus wie scheiß Zombie-Villager. Ich erschreck mich immer. Oh, es sieht genauso aus wie ein Nichtsnutz. Oh. Oh, hier ist eine Stein. Ja gut, eine Stein. Sie bringt uns einfach gar nichts. Ja, aber wo sind denn hier Bücher in den Dörfern? Gibt es das nicht mehr? Doch, doch. An bestimmten Häusern. Und woran erkennt man die? Also brauchen wir jetzt Karotten oder lieben wir Hilfe und Fleisch? Ja, ich habe Karotten und Kartoffeln mitgenommen. Es ist so geil. Junge, der verdammt Aua hat nur Weizen angebaut und keine anderen Sachen. Ich habe eine Karotte bekommen, die andere hat er einfach aufgesammelt. Wow. Davon ist der Eisenwohle, wenn man nochmal fällt. Okay. Diesmal solltest du vielleicht kein Nichtsnutz töten direkt vor seiner Fresse. Ich hätte fast den Eisenwohlen umgehettet. Oh Gott. Das war auch nicht so gut. Oh, wieder nur Trash hier. Echt? Doch, Mann. Ja, aber die Welt sieht eigentlich echt geil aus. Es gibt hier echt geile Berge. Ja, aber das ist eine gut generierte Web. Glück gehabt. Da bist du eigentlich hin. Ja, ich bin hier jetzt auch gleich bei dir oben hier auf dem Berg. Ich bin nicht auf dem Berg. Ja, wo bist du denn? Ich bin auch unten bei den Häusern. Ach so. Vielleicht dann die Umdücher. Ich habe die Realisierung rumgebracht. Ich habe sechs Rollen. Und oben hat es alte, da hat es zehn. Rote, rote, rote. Rote, rote Rote. Und 26 Schweinefleisch. Oh mein Gott, das ist ja was machen. Brauchen wir Hammelfleisch? Ja, ja, klar. Also stimmt, wir können alles essen. Ey, jetzt hat nirgends Bücher. Auch hier oben nicht. Es ist eine einzige Verarsche. Hä, können die gar nicht mehr Bücher haben? Die noch nicht. Es gibt ja so ganz kleine Häuser. Und dann gibt es so größere Häuser. Ja, ja. In den größeren Häusern sind eigentlich Bücher. Oben waren zwei... Oh Gott, ich habe es überlebt. Äh, oben waren zwei... Das sind die Suppelhäuser, sind die hier. Weißt du, welch ich meine? Ja, ja, aber... Ich war Eingang und alles. Oh, je, jetzt geht die Party ab. Hier ist ne Truhe. Die kann ich nicht öffnen. Alter, der Golem sieht aber eigentlich auch heftig aus. Oh, ist das geleckt. Ich habe es so Hammelfleisch in der Kiste drin gelassen. Ja, weil ich halt anderes Zeugs mitnehmen wollte. Ähm, ja. So, jetzt bin ich oben auf dem Berg, wo die Tiere und das Haus ist. Was sind das für Saus? Okay, laufen wir einfach weiter Richtung Süden. Vielleicht erwarten wir mal. Ohne Glück. Wenn Minecraft halt logisch wäre, dann würden wir halt wirklich irgendwann auf dem Dschungel trafen, Alter. Trafen, trafen. Wenn wir Richtung Süden laufen. Wo bist du denn jetzt? Na, wenn du oben auf dem Berg stehst, bist du da hingerannt. Äh, einfach Richtung Süden wieder. Ja, ja, geradeaus. Gerade nochmal ein Stück zurückgelaufen, oben auf dem Berg, weil dort oben so ganz viele Schweine waren. Wir brauchen das Essen. Äh? Ah, nee, das ist nur wirklich... Oh mein Gott! Ach, das ist einfach nur Lava, die da fließt. Oh mein Gott. Leute, das sind Lamas. Das ist so ein altes Portal, aber das gibt es ja erst seit der neuen Version. Hallo. Wo bist du? Ich bin nur hier vorne weitergerannt. Ich bin hier vorne auf dem nächsten... Keine Ahnung, was das ist. Na, ich laufe jetzt weiter an die Richtung, an die wir auch gekommen... Ah, ich seh dich zu hinten. Jaja, sag ich doch. Oh, warte, jemand hat geschrieben. Nee, haben aber in Zunft mit Dorf und Hexenhaus. Lol. Ach, scheiße, aber die haben Safe jetzt auch im Braustand. Ja, und? Dafür haben sie weniger Dias als wir. Wir haben sie gestohlen. Oh Gott. Und ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob das eine gute Idee war oder nicht. Wie eine gute WG. Eine WG? Na ja, die Sache ist halt... Wir haben die halt beschwolen, aber... Die Sache ist halt, die Frage ist, ob sie es mitkriegen. Weil ich weiß nicht, ob die sich die Folgen von den Leuten alle anschauen. Das glaube ich wirklich... Ja. Das ist ja auch nicht wirklich. Also ich schaue mir ein paar Folgen an. Ja, ich klicke am Anfang immer so ein bisschen rein. Aber... Du brauchst so viel Zeit, um jede Folge zu schauen. Ich meine, wir sind ja neun Leute. Und dann jeder lädt so eine Folge, hat 20 Minuten bis halbe Stunde hoch, Alter. Jeden zweiten Tag. Und das gibt so viel zu tun. Weil ich meine, wir haben jetzt auch nicht gerade anderes zu tun, als irgendwie YouTube. Aber na ja. Hier ist jetzt ein Fichtenwald. Alter, wir sind schon bei 31 Minuten. Scheiße. Ja, aber... Bei dem... Also ich kann ja auf jeden Fall was wegkatten, wo ich AFK war. Stimmt. Lol! Alter, Drachen. Oh Gott, okay, warte. Wir beenden jetzt die Folge. Leute, schaut auf jeden Fall in die nächste Folge. Da werden wir jetzt diese Drachen uns vorknöpfen. Dingswärts nicht. Wow! Alter! Okay, wir spoilen nicht zu viel. Leute, schaut unbedingt bei Red vorbei. Beziehungsweise auch bei mir, wenn ihr die Folge bei ihm seht. Und... Ja, genau. Ich komme danach auch. Genau. Und... Ach, scheiße, der Stein. Ja, Leute. Auf jeden Fall, lasst ein Like und ein Abo da. Da würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Ciao!